Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Schaut mal, da hinten der Hakan, der ist bei uns. Ekay kommt gleich nach. Hier sitzt der Jihan und heute ist Bayram bei uns. Ramadanfest, manche sagen auch Zuckerfest. Oh, jetzt hat er sein Handy endlich weggelegt. Robert haben wir geweckt, der kommt auch gleich runter. Und um neune, um neune muss man bei meiner Mama sein, alle zum Frühstücken heute. Miley, zeig mal dein Overall. Cool. In Bayram zieht man ja neue Sachen an. Normalerweise, und Miley hat ein Overall. Ich hab diesmal auch ein Overall an. Kalt. Kalt. Nachher wird's warm. Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Try to come to see With Ella. Du musst noch mal machen, da wartet ihr im Hintergrund, noch mal. Du musst aber auch hier weg. Ja. Also noch mal. Musikeli. Hex, Hex, Stopp! Und jetzt? Wann kommt Rebom Baby, äh, Ella? Wo ist dein Lucky noch? Ups! Zocker. Fail! Nochmal! Ohhhh! Ohhhh! Einmal noch. Ich warte. Warte. Jetzt kommt Ella. Uh! Und ich schreibe hier unter das Video hier, meine Lieben, unser Musikeli Account. Schauen wir mal, ob wir es posten, ob es gut geworden ist. Oh, der geht eigentlich, den können wir posten. Den können wir posten. Ja! Oh, das ist so. Family fun, fun! Wow! Dankeschön! Oh, dankeschön! Oh, dankeschön! Oh, dankeschön! Oh! Bravo, Lekay! Nice! Oh, danke! Gästere! Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Ja, das verkaufen wir jetzt als Autogramm, so an Fans. Oh, der größere Schein geht an Gian, toll, super, bist du der Weihnachtsmann? Ja, wo ist das Autogramm drauf? So, und jetzt geht es weiter zu meiner Freundin. Du bist älterig, oder? Ja, ich hoffe es nicht. Ups. Das ist meint. Teşekkür. Afiyet olsun. Danke, Miley. Bitte. Teşekkür ederim, kızım. Sie hat mir gut geholfen. Uuuh, Aferi. Geh? Ja. Sie hilft mir immer. A4000, Robert. Guten Appetit. Heute ist zürkischer Feiertag. Evet. Evet. Ja. Gut, dann machen wir das. Ja. Aber das Video, meine Lieben, kommt auf Milets Welt. Das filme ich für euch natürlich mit. Und das Video ist schon online auf Milets Welt, wenn ihr das Video hier anschaut. Und dann lassen wir Robert in Ruhe mal WM anschauen. Und danach werde ich noch einen kurzen Abstrichen zu einer Bekanntschaft von mir machen. Und ein bisschen filmen. Ja, und dann. Schau mal, wie es weiter geht. Und dann schaust du dir diese an. Wie ich rede oder was. Ob ich Fälle mache oder Grammatikfehler. Ah, ja, ja, ich weiß. Ich kenne dich. Ganz kurz. Ich kenne dich. 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 Jetzt essen wir hier auch noch. Beste, beste, beste. Die machen die besten Sachen. Immer diese. Kira. Ja. Mausi, hast du eine neue Spielzeit bekommen? Ja. Ein Donut. Ja, fein. Und hier seht ihr die Milet, meine Lieben. Die tut gerade ihr Ella umziehen. Aber wir zeigen die Sachen nicht. Nein, nein. Ihr müsst zu Milets Welt wechseln. Dann seht ihr, was wir alles gekauft haben. Das geht gar nicht. Das sind ja nicht dumm. Ja. Ja, ja. Ja, dann schneide ich schon mal das Video für Milets Welt, meine Lieben. Dass das fertig ist. Aber, glaubt mir, es ist fertig, wenn ihr das Video anschaut. Ja, und dann ist es schon achtig, glaube ich, bis ich hier fertig bin. Robert schaut da von der Couch. Was? Nochmal. Bei dir ist es bestimmt achtig, bis du fertig bist. Ja, ich brauche halt ein bisschen länger, wie du beim Schneiden. Ich bin halt noch kein Profi. Du machst jetzt fünf Jahre schon. Oder? Ja. Stimmt's? Ja, also sieh ich mal. Und ich erst zwei Jahre, nicht mal zwei. Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Also, darf ich das ruhig sagen. So, jetzt noch Furkan da zu Besuch. Ja. Und was spielt sie da jetzt? Milet? Welche Finger lasse. Bleib meiner, du hast das Haus. Genau wie meiner gerade. Sie bist Käfer? Ja. Die greift Anne. Bleib mal da, wo du bist. Ja. Warte, die greifen voll an. Sie fahren in die falsche Richtung. Was jetzt? Falsche Richtung. Und? Und? Und wer macht das? Was ist das? Ein Kampf. Ein Kampf. Uh. Und der Kampf ist zu Ende. Doch, guck mal. Ja. Jan. Jan ist auch da. Hallo Jan. So, wir zwei gehen jetzt Gassi mit dem Milet, mit der Kira, weil es ist dunkel und ich habe alleine Angst draußen. Ja. Wir sind, ich bin nämlich dran. Was heißt wir? Ich bin dran. Deswegen gehe ich mit dem Milet. Ab ins Bett. Ihr zwei süßen Mäuse. Ich gehe jetzt dann auch ins Bett nämlich. Mein Blumenstrauß habt ihr ja schon gesehen. Habe ich ihr gezeigt im Video von Hakan und Ilkay. Haben in der Familie die Frauen bekommen. Also meine Schwiegern, ich, meine Mama und ihre Mama und die Männer haben wir Schokolade mit dem Bild drauf. War heute eine riesen Überraschung für uns, muss ich ehrlich sagen. Da ist die Ilkay echt sehr, sehr kreativ. Die kann das super gut. Also auf solche Ideen wäre ich bestimmt nicht gekommen. Naja. Aber ich sage von hier aus auch Danke an Ilkay und Hakan, falls ihr das Video anschauen. Ich hoffe es doch, oder? Ja. Und meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Glocke aktivieren, abonnieren, nicht vergessen. Und das Video liken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.